Batman Arkham Knight Batman Arkham Knight Batman Arkham Knight Batman Arkham Knight Also wie gesagt, ähm... Ich hätte es im Vorfeld ja schon grob angekündigt, dass... Meine Kalibrierungen sind beinahe abgeschlossen und der Cloud Burst fast aufgeladen. Versorgt mich bis dahin weiter mit Innern zu selten. Mach das! Ich seh mal nach dem Typen! Hm? Wo? Hier, im Hauptdabor! Ich folge dir! Der ist K.O. Batman schlägt hart zu. Kugel sind herrlich! Schnappt ihn euch! Lasst ihn! Wir müssen uns um uns selbst kümmern! Du benutzt die Bodengitter? Guter Plan! Hier ist meiner! Batman ist unter dem Boden, zerstört die Gitter und schweucht ihn da raus! Setze Tempo-Baren, Sprengsatz sein! Hm? Da bewegt sich was unter dem Boden! Drei, zwei, eins! Brünne, Messer! Tralalalala, lalalala! Bitte! Nein! Lass mich haben! Wenn du da drin steckst, wird's schmerzhaft werden! Badman ist hier! Lass wir nicht durch! Skaregroben muss seine Arbeit beenden! Mhm! Hilf mir! Die bringen mich um! Fürchtet ihr euch vor dem, was passiert, wenn der Klaufer seht? Badman ist hier! Zeig mir! Zeig mir, was wir gelernt haben! Es wird drei, die es für die Leibung und die Klaufer gekrocht wird! Oh! Die zwei, die Fingern! Oh! Badman, wir wissen, dass du hier bist! Mhm! Badman hat ihm ordentlich eine verpasst! Ich seh's mir an! Wo ist er? Bei der unteren Zentrifuge! Ich folge dir! Wie konnte er noch einen ausschalten? Es ist doch wie Idioten aussehen! Das ist nicht gut! Ihr seid Idioten! Nein! Nein, ist es nicht! Wir können nichts für ihn tun! Wir verteilen uns und nehmen Rache! Mhm! Treiben wir ihn raus! Keine Atem in die Bodengitter! Du bist der Finn, Badman! Geh nachher! Drei! Drei! Eins! Drinnen, Badman! Oh! Ich check die Gitter! Tralala! Okay, die sind alle nervös! Haben Sie gesehen, was es mit den Testprobanden gemacht hat? Zwei weniger! Lasst euch nicht auseinander treiben! Achtet auf die Flanken! Schaut nach oben und nach unten! Erst schnell! Ich check die Gitter! Ja! Wer klaut war, ist an dem Punkt eine ultimative Rache dienst! Falls ihr bei den Vorbereitungen versagt, werdet ihr das Ziel dieser Rache werden! Höhöhöhöhöhöhöhöhöhöhö, mhöhöhöhö, mhöhöhö, mhöhöhöh! Puh! Der hält sich für ganz schlau! Setzt keiner ab! Nein! Lass ihn nicht die Gitter benutzen! Ah ja. Wenn es so wäre, hättet ihr keine Chance gegen euch. Komm, komm, komm. Wo wird er es schaffen? Wo? Hier drin? Ich decke dich! Hm. Wie viele waren das jetzt? Das ist der vierte. Wie zum Teufel fangen wir diesen Typen schlagen? Woher soll ich das wissen? Ihr könnt hier nichts tun, verteilt euch und findet ihn! Tragt ihm die Granaten heraus! Das wird ihn aufscheuchen! Thermobarer Sprengsatz, los! Hm. Drei... Zwei... Eins... Drülle, Batman! Ach ja. Ist doch immer wieder süß, oder? Die meiner beiden Kenntnisse haben. Und ihr bemerkt ihn immer noch nicht! Ihr habt beratlich! Und ihr unter euch sind! Wie läuft's da drüben? Seht ihr was? Nichts! Ihr auch nicht! Ich check die Gitter! Jo... Dann checkt du mal! Oh. Du scher! Ich rieche! Ich rieche! Ich rieche! Dann check mir den Typen den wer ausgestaltet hat! Wo ist der? Bei der unteren Fettrei-Vogel! Ja, wir sehen uns dort! Wie macht er so was nur immer wieder? Ich rieche! Wir können nichts weh tun. Wir verteilen uns und nehmen Rache. Jupp. Machtbar. Der hält sich für ganz schlau. Setzt Karnaten ein. Lass ihn nicht die Gitter benutzen. Spring's an Schaaf. Mhm. Jetzt aber raus da. So ganz schnell. Ganz schnell. 1, 2, 1. Brille, Schöpfe. Der Cloud Burst ist noch nicht bereit. Besorgt mir weitere Challenges. Was noch? Stopp! Ah! Da unten bewegt sich was. War wohl doch nichts. Wie konnte er noch einen ausschreiten? Er lässt uns wie Idioten aussehen. Das ist nicht gut. Nein. Nein, ist es nicht. Lass ihn! Weiß jemand, wo die Wand hin ist? Was zum Teufel hat das getan? Ja? Ja? Du schweigst nicht darum, ihr Sprecher aufzumachen. Meiner Not, ich seh nach. Arme Saugen. Wie macht er sowas neu immer wieder? Wenn die Idioten die Augen aufhalten könnten, würden wir nicht in dieser Scheiße stecken. Sag doch, was du sagst. Die Schimpansen würden bessere Soldaten abgeben als ihr. Wir können hier nichts tun. Verteilt euch und findet ihn! Jupp. Treiben wir ihn raus. Granaten in die Bodengitter. Was wir den aufscheuchen? Thermobarer Sprengsatz! Los! Gut, dass mir das auch ziemlich egal ist. 3, 2, 1. Rennen wir das nicht. Ich check die Gitter. Wo? Wo? Ich mache alles. Nur bitte, bitte nicht aus Gas. Ergibt mich holen! Ich habe keine Axt vor ihm. Der Freaknallmann soll wieder Angst machen. Ich habe vor beiden Angst. Hm. Der Energiefluss zum Cloudburst darf nicht versiegen. Ich brauche mehr Zellen. Zeigt mir Tampelkeit. Keine Furcht. Der mit der Großen. Wir warten. Mhm. Und nach oben. Wo ist er? Sucht weiter! Und nach oben. Ihr drei könnt es immer noch schaffen. Seid schnell, seid wachsam. Säule!